Und willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir Fullerton angeschlossen und Hayward. Jetzt schauen wir mal was für Städte noch fehlen. Das wäre nach Saalem. In diesem Bereich und hier hinten BMOng. Bei BMOng wollte ich ja eigentlich auch Flughafen bauen. Da wir da ja eh gerade bei sind, würde ich das auch dabei lassen. Wir könnten natürlich auch mit den Zügen hier durchfahren durchs Massiv und sie beim Burbank bzw. Vallejo mit ankommen lassen. Hier sieht es gleich technisch hier in Vallejo aus. Da noch Platz. Müssten wir den Bahnhof ausbauen. Die sind zumindest die Gleise weitestgehend belegt. Wäre jetzt aber nicht das Riesenproblem, den noch auszubauen. Er hat noch Platz. Wie sieht es hier aus? Ähnliches Spiel. Wobei die Frage ist, man könnte auch mal zwei Züge in einen Gleis kommen lassen. Das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Ist jetzt die Frage, wollen wir es so anschließen? Ich würde sagen, erstmal machen wir den öffentlichen Nahverkehr, wobei gut, wenn wir dann ein Flugzeug machen, muss es ja anders aus, als wenn wir einen Zug machen. Geldtechnisch ist natürlich völlig egal. Es geht ja hier jetzt nicht mehr um Geld verdienen. Ich würde sagen, wir machen es mit dem Flugzeug. Da möchte ich dir auch einen Klarno-Flug kaufen. Den öffentlichen Nahverkehr. machen wir hier auch gar nicht so groß. Das ist ja auch eine relativ kleine Stadt. Und dann heben wir uns das lieber für später auf. So, eine neue Linie. Beheuern. Und dann machen wir eine neue Linie. Du fliegst aber gleich dahinter, weil die Strecke ist zu kurz. Und dann machen wir die Strecke. Dann machen wir die Strecke. Dann machen wir noch eine Linie. Hier und dahinter. Zu dem anderen Flughafen. Ta los. KN sont ja. GA will auf dem anderen Flughafen. 놀の liegleез請. Tschüss. Ok. '? Arschtailiar. drop genuinely war. Den Diации backYouT. Tr "-G4-2-4. So, damit ist die Stadt auch erstmal angeschlossen, wenn auch nicht mit dem Zug, und wir können uns jetzt Fullerton nochmal annehmen, wir wollten ja hier dieses Getreidelieferung noch machen bzw. die Brotproduktion beginnen. Dazu bräuchten wir hier hinten einen Bahnhof, einen Güterbahnhof, so, Gleise. Die landen, weil wir eigentlich auch hier rein fahren könnten. Hier diesen Bahnhof ein bisschen ausbauen, der hat ja noch Platz. Wie viel Gleise hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. es ist die frage die wir das aber angeschlossen kommen nur der die halbe stadt verschwinden wenn ich hier ausfahre wir brauchen mal noch erst die bahnhöfe hier so kleise grüne rein ist das tief so So, so. Da ist der schon mal angeschlossen. Und jetzt diesen hier hinten noch. So. Gebäude. So. 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 Das sind ein bisschen viele. Da haben wir vier von denen und das von denen, das passt soweit. Jetzt müssen wir das Ganze nur angeschlossen bekommen. Durchgang wie an der Mitte, kommen wir hier in der Mitte raus, das sieht gut aus. Das hier gefällt mir noch nicht. So jetzt. Genau. Genau. Jetzt. Jetzt. das wäre jetzt quasi der anschluss nach unten das hier sind jetzt die personen gleise noch das ist ja mal ein bisschen anders machen so so wenn wir dieses gleis nehmen ich komme hier genau nicht rein schade müssen wir erst mal gerade durch fahren so und so sich da daneben das wird lustig hier aber irgendwie kriegen wir das schon hin so und so da kommst du dir auf das glückleis das passt gleich müssen wir jetzt hier so jetzt brauchen wir hiervon noch das wird enger hier können wir jetzt die kreuzweichen hin dann muss erst hier schade vielleicht fast gepasst schade so so jetzt hier hier und dann die kreuzweiche hilft ja nichts und signale und signale schade so wir müssen dann hier die straße noch anschließen städtisch städtisch dann ist der angeschlossen der eine geht da wieder rein das passt städtisch so Müsstest du anders in Vollad noch rein? Aha, hier fehlt noch der Terminal für die Passagiere. Oh, jetzt gibt es neue Terminals, sehr schön. Und jetzt gibt es neue Terminals. Die Fahrzeuge müssen wieder getauscht werden. Okay. Okay. Genau. Dann passt das wieder. Und jetzt können wir im Prinzip nach hinten rausfahren. Das tun wir auch noch in dieser Folge. Es wird eine klein bisschen längere Folge. Ist aber nicht schlimm. Okay, dazu müssen wir hier die Haltestelle mal entfernen. Und neu bauen. Ist die Frage, die stellen wir jetzt. Wo ist die nächste? Da hinten. Dann stellen wir die hier hin. So. Diese Gleise. Okay. 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 So. 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 und dahin. Das war wieder klar. Ach, diese Kreuzball, das ist immer ein Krampf. Hier müsste dann die andere Kreuzböcher rein, der fährt ja auch nicht so viel lang. Das war wieder klar. Dann hätten wir es soweit angeschlossen und müssten in der nächsten Folge die Linien herstellen und dann könnten wir sogar die Waren direkt schon hier abliefern. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.